Nicht nur ein spannendes, ja, ich wollte noch mal fragen, Finanzpolitik, vor allen Dingen Schulden, wie stehen wir eigentlich international da? Bei uns gehen jetzt die Schulden durch die Decke, Sie haben die Schuldenuhr erwähnt. Wie stehen wir international da, vergleichbar Japan, Europa, USA? Man muss sagen, dass man hier nicht in Hektik verfallen darf, auch nicht in Panik. Deutschland hat eine relativ günstige Schuldenstandsquote, wir sind so zwischen 70 und 80 Prozent, werden wir uns einpendeln. Das ist gemessen an anderen Verschuldungsquoten, nehmen wir mal Japan mit über 200 Prozent oder auch Italien deutlich über 130 Prozent, in Ordnung. Aber das ist eine Momentaufnahme. Die entscheidende Frage ist doch, was machen wir mit diesen ganzen Schulden? Investieren wir, bringen wir unseren Staat voran, machen wir mehr Digitalisierung oder organisieren wir mehr Konsum? Ich sehe zurzeit die Gefahr, dass wir mehr konsumieren, dass wir mehr die Schulden verleben, verjubeln und ohne da wirklich den Staat voranzubringen. Insofern ist die spannende Frage, was wird in Zukunft passieren? Wird Deutschland seine Wirtschaftskraft behalten? Denn die Verschuldung ist ja immer eine korrespondierende Zahl zur Wirtschaftskraft. Können wir die Schulden bedienen? Können wir sie abtragen? Können wir sie im Zaume halten? Und da sehe ich Deutschland auf dem Scheideweg. Wenn wir uns nicht wirklich wirtschaftlich fit halten, wieder fit machen, dann werden wir große Probleme bekommen. Ich habe heute im Morning Briefing von Gabor Steingart eine Grafik gesehen, konsumtive Aufgaben seit 1980. Da geht eine ganz steile Kurve nach oben und es wird weniger investiert. Und das ist natürlich, gerade weil wir vorhin über die Digitalisierung gesprochen haben, auch über Infrastruktur, da müsste ja mehr investiert werden. Das ist wahrscheinlich das, was Sie auch meinen, was falsch läuft. Ist das richtig? Ja, ich will ein kurzes Beispiel geben. Wir reden immer, wenn es um Verschuldung geht, um Investitionen. Da sind dann auch schnell die Wirtschaftswissenschaftler oder einige Wirtschaftswissenschaftler dabei und sagen, Schuldenbremse muss weg, damit wir mehr investieren können. Tatsache ist aber, dass wir in den letzten Jahren nicht eine Investition nicht tätigen konnten, weil die Schuldenbremse da war, sondern weil wir schlicht und ergreifend Kapazitäten nicht hatten. Das heißt, die Bauwirtschaft ist ausgelastet. Oder durch Auflagen haben wir keine Planung vollendet können. Es ist ja sogar so, dass wir große Haushaltsüberschüsse im Bundeshaushalt haben, weil die Investitionsmittel nicht abgeflossen sind. Andererseits reden wir aber über Ausgaben, die langfristig durchaus sehr viele Mittel binden werden. Und dann nehme ich schlicht und ergreifend mal das Bürgergeld. Das Bürgergeld wird teurer werden als das alte Harz-System. Und die Bundesregierung selber lügt sich an dieser Stelle in die Tasche. Beispielsweise muss die Bundesregierung zu fast zwei Dritteln für die Kosten der Unterkunft aufkommen. Und wir alle wissen, dass die Kosten der Unterkunft steigen werden, schon allein wegen den Energiepreisen. Aber im Etat ist das gar nicht widergespiegelt. Da geht man von 10,2 Milliarden Euro aus, fast gleichbleibend zum letzten Jahr. Insofern ist das ein schönes Beispiel dafür, dass hier die konsumtiven Ausgaben hochgehen werden. Natürlich zulasten auch der Investitionen. Und dass man auch nicht mal ehrlich damit umgeht. Und das ärgert mich. Wir müssen konstatieren, dass ein Großteil des Bundeshaushalts in die Rente geht. Ein Großteil geht in soziale Sicherungssysteme. Das kann man jetzt unterschiedlich bewerten. Es ist ein Faktum. Insofern müssen wir auch über die Struktur des Haushaltes sprechen. Ich glaube, dass wir so nicht fit für die Zukunft sind und dass wir manche Diskussionen auch etwas schräg führen.